Wow, Liberty hat nicht getroffen, wer hätte denn das gedacht? Ey, es tut mir leid, aber es ist ja wirklich so. Was? Ne, ist okay, war nur volles Cover. War nur volles Cover am anderen Ende der Map. Ist völlig okay, dass der jetzt tot ist. Ist ja überhaupt kein Problem, ja? Es ist so eine Scheiße! Klar, schießt mich weg. Oh, mein verdammter Kopfhörer. Kabelsalat! Das muss denn sein? Wahrscheinlich auch ein Prozent Chance, dass ein Kabelsalat entsteht, aber er steht immer, ist doch klar. Was war das denn jetzt gerade? Das weiter volle Cover am anderen Ende der Map. Und dann auch so lockerflockig, ja? Oh, nee, war hier übrigens tot. Du bist jetzt nur, du hast dich verkrochen, ja? Das gibt dir insgesamt 80 Prozent Cover. Aber die haben immer noch eine fünfprozentige Chance, sich zu treffen. Und die werden treffen vom anderen Ende der Map. Vom anderen Globus. Aus einer anderen Mission treffen die Headshot. Neun Schaden! Finde eventuelle Überlebende. Ne, die gibt es nicht. Die wurden schon vom anderen Ende der Map weggesniped. Das war so klar, ja? Das war so klar? Äh, ja. Du musst richtig sauer auf die Wand sein, oder? Du bist stinksauer. So war es von wütend. Wenn es sein muss, zerschießt du die ganze Map, bis du ihn getötet hast. Kann das sein? Wäre das im Rahmen des Möglichen? Ist das dein Plan? Sag mal, was habt ihr eigentlich für Batterien in diesen Pistolen? Die halten ja ewig. Nö, das ist... Die hacken überhaupt nicht, ne? Die schießen halt nur zehnmal in der Runde und treffen immer. Aber sonst hacken die überhaupt nicht. Was ist denn jetzt hier los? Was genau versuchst du eigentlich da gerade zu erreichen? Hattest du eine schwere Kindheit? Kann das sein? Ja, weißt du was? Dann ist mir das scheißegal, du hast es verdient. Ich starte einfach mal das Spiel neu, weil... Der hört nie auf, ne? Der schießt einfach. Der schießt einfach. Und ihr denkt euch wahrscheinlich... Aber Marco, die treffen gar nicht immer. Der schießt doch daneben. Nee, der will die Wand treffen. Deshalb trifft er die Wand. Und jetzt trifft er das Ding, weil er das Ding treffen will. Guck mal hier. Das Auto und dieser Panzer. Das symbolisiert perfekt, was ich hier gerade zu erreichen versuche. Ah.